Extraradio und Motornützel suchen den Handwerker des Monats. Das Fahrzeug wird bei Motornützel abgeholt. Das ist ein vollelektrischer IB-Bus Pro. Ja, Herr Kreuzer, dann verraten Sie doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was Ihren Betrieb so ausmacht. Ja, die qualitativ hochwertige Arbeit, das Preis-Leistungs-Verhältnis zu unseren Kunden, die persönliche Betreuung. Und wo sind Sie denn so im Einsatz? Meistens im Hofer-Bereich und bis zum Landkreis. Wir sind ja jetzt schon in einigen Generationen in dem Betrieb unterwegs. Ja, tatsächlich, seit 1957, vom Großvater, da übernahm es mein Vater. Jetzt bin es ich aktuell und aktuell ganz neu hat mein Sohn sich dafür entschieden, bei uns noch eine Lehre zu beginnen. Super, dann wünschen wir ganz, ganz viel Spaß mit dem DHB Plus Radio. Dankeschön. Der Handwerksbetrieb des Monats. Eine Aktion von Extraradio und Motornützel.